Ich liege hier im Graben unter Eichenlaub Und spreche mein Gebet Mir und die Kameraden hat der letzte Sturm Aus Richtung Westen rangeweht Im Morgengrauen rücken wir dann vor Auf einen Feind, der nie der meine war Und die Geschütze bellten dazu wie im Chor Als ich die ersten Männer fallen sah Links, zwei, drei, vier Es wird ne große Tat Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft Und am Ende der Soldat Wenn du den Frieden willst Musst für den Krieg dich rüsten Wie oft schon hat man das gesagt Doch ein paar Arschlöcher mit ihren Machtgelüsten Haben längst den ersten Schritt gewagt Unser Bataillon ist längst schon aufgerieben Da Blut und Kotze stinkt der Wald Sein Sohn Hansa Biden Und er Ach, habe ich aber noch Der tatsächlich auch belegt ist Es gibt Soforthilfen für Hawaii Der US-amerikanische Präsident Sleepy Creepy Joe Biden Hat 12 Milliarden Dollar Soforthilfe In den Kongress gegeben Zur sofortigen Freigabe Aber gekoppelt an Vielleicht wisst ihr es Gekoppelt an Bedingung Zur gleichzeitigen Freigabe Von 24 Milliarden Dollar Für die Ukraine Das heißt, wer jetzt gegen die Ukraine-Hilfe stimmt Der ist gegen Maui Gegen Hawaii Der will Amerikaner leiden lassen Das beklagt ein hawaiianisches Mitglied Des örtlichen Parlamentes Und erklärt das in einem Twitter-Video Perfider geht es kaum noch Ein seniler und scheiternder Präsident Zwingt also Zur Unterstützung seines Krieges Im Ausland Die Menschen Wenn sie einer Katastrophenregion helfen wollen Bitter Bitter, aber belegt Naja, er ist halt im Wahlkampf Also er ist jetzt schon im Wahlkampfmodus Und es geht ja auch im Moment Unter anderem gegen seinen Sohn Hunter Biden Und er versucht natürlich Er strampelt im Moment Die Demokraten strampeln sowieso Ich habe mich mit einigen Demokraten mal unterhalten Die sagen auch Ja, es ist das Schlimmste Das ist das Worst-Case-Szenario für uns Wir haben nur diesen alten Mann Der teilweise gar nicht mehr weiß Ob er Wo er gerade ist Und was er gerade sagt Und wir haben irgendwie Keinen Wir haben uns nicht dazu durchringen können Jemand anderen aufzustellen Und auf der anderen Seite Hast du halt die Republikaner Die mit dem ganzen Strauß Von guten Leuten da auftrumpfen wollen Allen voran natürlich Donald Trump Und das wird natürlich auch politisch Gerade mit mehreren Verfahren Versucht zu verhindern Nein Entschuldigung Ach was Dieser Krieg könnte dem Biden Natürlich auch noch auf die Füße fallen Also du sagst es ja Der Wahlkampf hat eigentlich schon begonnen Der heiße Wahlkampf beginnt dann 2024 am Anfang Und die Ukraine ist ja kein Erfolgsprojekt für Biden Also da sind Milliarden reingepulvert Und auch in diese Gegenoffensive Die ja ganz offensichtlich ein Flop ist Und laut Simor Hirsch Der Polizipalisträger Hat da einen Artikel dazu geschrieben Hat die CIA der Regierung Das auch vorher gesagt Dass diese Offensive nicht funktionieren wird So Aber anscheinend war Der Glaube stärker Als das Wissen Ich meine mal ganz abgesehen davon Dass die Rüstungsindustrie wieder boomt Sind die Amerikaner gar nicht zufrieden Mit diesem Engagement für Krieg Die Amerikaner haben ja selber Große auch wirtschaftliche Probleme Also auch der Otto Normal John Ja in Amerika Und der hat relativ wenig Verständnis dafür Dass jetzt Milliarden über Milliarden Dorthin geschafft werden Also irgendwann muss Biden Wahrscheinlich noch vor der heißen Phase Des Wahlkampfs raus aus dieser Nummer Aus diesem Krieg Ja Und jetzt sind wir schon wieder dabei Jetzt sind wir beim Krieg Ja Das ist möglicherweise auch eine Vorhersage Was dort passiert Also vielleicht gibt es doch bald Verhandlungen Oder erste Annäherungen Ich tippe mal auf September Wir haben ja auch gehört Dass es gab ja aus der NATO Ich glaube es war der Staatschef von Stoltenberg Jensen hieß der glaube ich Aus der NATO den Vorschlag Die Ukraine solle Gebiete an Russland abtreten Und dafür dann in die NATO dürfen Natürlich großer Protest aus Kiew Und am nächsten Tag ist die NATO dann auch Dieser Jensen ist zurückgerudert Ja hätte er so nicht sagen sollen Aber gesagt ist natürlich gesagt Das Ding ist in der Welt Und ich könnte mir vorstellen Dass da jetzt langsam so ein Rückzug Sich ausgedacht wird Auch nicht zuletzt weil Biden im Wahlkampf ist Ja Lass uns gerne den Krieg ausführlich ansprechen Aber ich will nochmal zurück zum Wahlkampf Weil die heiße Phase ist aus meiner Sicht voll da In Amerika tobt ja nun wirklich ein Justizwahlkampf Das ist ein Wahnsinn was da alles stattfindet In Ultrakurzfassung 700 Jahre Gefängnisdrohung gegen Donald Trump Kumuliert mittlerweile Ermittlungen gegen den Sohn von Robert L. Peters Das ist nämlich Joe Biden Robert L. Peters kam jetzt heraus Das ist ein Pseudonym was er in seiner Zeit Als Vizepräsident nutzte So schreibt die New York Post Um E-Mails zu schreiben Als amerikanischer Vizepräsident An die Geschäftspartner seines Sohns Anterbeiden Der unter anderem durch die Ukraine tourte Es wird ne große Tat Um dort gegen Schmiergeldzahlen zu Er stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft Und am Ende der Soldat Noch nie in meinem Leben war ich Pazifist Aber jetzt bin ich verdammt nah dran Weil der Krieg, den ihr wolltet, gar nicht meiner ist Aber ihr bereichert euch daran Wie die Schachfiguren schiebt ihr uns hin und her Und alle am Ura geschrien Und zu Hause bleiben wieder mal die Bäuche leer Denn nach Osten wollen wir ziehen Links zwei, drei, vier Es wird ne Heldentat Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft Und am Ende der Soldat Und so werde ich erneut den Angriff wagen Aber nicht nach eurem Plan Diese Nacht werde ich mich in die Berge schlagen Als Liederpartisan Meine Stimme soll nun meine Waffe sein Und Patronen habe ich genug Jeden Abend lade ich im Kerzenschein Und lege an auf den Betrug Links zwei, drei, vier Es wird ne große Tat Zuerst starb die Wahrheit und dann die Vernunft Doch jetzt stirbt der Verrat Und wagt es ja nicht uns nochmal ins Feld zu schicken Wird die Heimat nicht bedroht Mit euren Seilschaften könnt ihr euch gern selber ficken Denn ich bleib Patriot Wenn ihr meint, ihr müsst euch an den Lümmeln spielen Für Einfluss, Öl und Geld Ihr werdet sehen, ich bin nur einer von ganz vielen Der nicht mehr zu euch hält Links zwei, drei, vier Es wird ne große Tat Es lebe die Wahrheit und auch die Vernunft Und es lebe der Soldat Links zwei, drei, vier Es wird ne große Tat Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft Und am Ende der Soldat Links zwei, drei, vier Es wird ne Heldentat Es lebe die Wahrheit und auch die Vernunft Und dann verreckt auch kein Soldat Und dann verankt auch kein Soldat Und dann verankt auch kein Soldat Und dann verankt auch kein Soldat Untertitelung des ZDF, 2020